Herzlich Willkommen hier auf dem Gear Reference Kanal. Heute haben wir mal wieder ein Ausrüstungsstück aus dem Vietnamkrieg. Die Puppe dürfte dem einen oder anderen noch aus dem CISO Rucksack bekannt sein und zwar geht es heute um das BAR Belt. Das BAR Belt ist für das Browning Automatic Rifle ein Maschinengewehr, was im ersten Weltkrieg noch ganz knapp Einsatz fand auf Seiten der Amerikaner, über den zweiten Weltkrieg weiter benutzt wurde, noch extrem im Koreakrieg eingesetzt war und dann im Vietnamkrieg. primär an die südvietnamesischen Truppen ausgegeben wurde. Dort fand dieser Browning Automatic Rifle Belt Einsatz dann bei McVSock Einheiten, Mike Force und viele die mit den Südvietnamesen zusammengearbeitet haben. Zu ganz kurzer Zeit, zu Beginn des Krieges, wurde der BAR Belt noch in Verbindung mit dem M14 eingesetzt, aber das war die ganz ganz frühe Anfangsphase. Da sieht man ein paar Infanteristen auf Fotos, die diesen Belt noch tragen. Hier in einer Olivenversion, wie er im Koreakrieg oder in den 50er Jahren dann ausgegeben wurde. Der Vorgänger aus dem BK2 war aus deutlich hellerem Material, so ein Kaki-farbenes. Da gibt es leichte Farbunterschiede, aber das ist dann primär eher ein hellerer Kaki-Ton. Im ersten Weltkrieg war der ganz noch anders aufgebaut. Und zwar hatte der hier eine Tasche für zwei Pistolenmagazine und hier eine kleine Metallaufnahme, wo die Schulterstütze der BAR eingeführt werden konnte, um dann damit aus der Hüfte zu feuern beim Vorgehen auf feindliche Grabensysteme, was der Auftrag im Ersten Weltkrieg war. Es gab noch eine weitere Version für den Assistant-Gunner, also für den Hilfsschützen des BAR-Schützen. Der hatte ebenfalls noch BAR-Magazintaschen, aber hier vorne die sogenannten Cartridge-Pouches, also kleinere Magazintaschen für die Ladestreifen für das 1903 Springfield-Gewehr. Und dieser Schütze trug in der Regel zusätzlich noch Bandoliers, wo dann nochmal weitere Magazine reinkamen. Da füge ich auch direkt mal ein Bild dazu ein. In jeder Tasche, wie auch im Zweiten Weltkrieg natürlich auch, aber immer zwei BAR-Magazine Platz finden. Warum noch eingesetzt im Vietnamkrieg in Verbindung mit dem M16? Pro Tasche finden vier M16-Magazine Platz und somit bei sechs Taschen konnten 24 M16-Magazine mitgeführt werden. Die 20-Schuss-Magazine des M16 wurden damals oftmals nur mit 18 Schuss gefüllt, weil es öfter sonst zu Störungen kam an der Waffe. Und so konnte man natürlich die Kapazität extrem erhöhen. So, jetzt gucken wir uns das BAR-M1937-Belt mal im Detail an. Wir haben einmal mehr oder weniger einen am Körper getragenen rechten Bereich und einen linken Bereich. Jeweils auf beiden Seiten drei Magazintaschen. Hier noch zu sehen ein Jungle First Aid Kit und hier nochmal die normale Medic-Sanitätstasche, die persönliche. Und hier, wie sie mit den Haken eingeschlauft wird. Bei der Tasche genauso. Das war bei den Zubehör-Taschen damals üblich. Deswegen hängen die auch tief und können dann, oh gut, hier sind jetzt noch was in der Tasche. So, und können dann halt ausgehakt werden und bei Bedarf wieder eingehakt werden. Im Einsatz war die BAR natürlich dann im Ersten Weltkrieg noch ganz kurz. Und im Zweiten Weltkrieg dann überall an allen Freunden von den Amerikanern auch bei den Marines genutzt. In verschiedenen Ausführungen, mit zwei Beinen, mal ohne. Ansonsten auch eine beliebte Gangster-Knarre. Kennt man auch aus ein paar älteren Filmen oder Fotos. Es gab von der BAR noch Lizenzproduktion anderer Länder, da gehen wir jetzt nicht weiter drauf ein. Und die hatten auch nochmal andere Tragesysteme, die minimal unterschiedlich sind. Das soll auch nicht Thema sein. Wir bleiben jetzt bei diesen. Springen jetzt mal vom Vietnamkrieg weiter. Ach, vom Vietnamkrieg, Entschuldigung. Wir springen dann mal vom Zweiten Weltkrieg weiter in die 50er Jahre und Richtung Korea-Krieg. Hier das Olive-Material, M56 Suspender, also von 1956. Farben matchen ziemlich gut. Und wir haben hier zu sehen den Stempel. Belt Magazine BAR M1937. Hier unten ist die Firma. Concorde 1951, das Baujahr. Die Ziffer ist, wenn ich mich nicht irre, die Versorgungsziffer. Hier vorne sehen wir den Verschluss. Hier das Gegenstück. Zeichne ich nochmal von der anderen Seite. So, dann kommen wir mal ganz kurz zu den Magazintaschen. Hier in diesem Magazin, also in dieser Magazintasche. Die ganzen alten Taschen werden mit diesen Druckknöpfen geöffnet. Das war relativ typisch für die damalige Zeit. Hier drin habe ich jetzt einmal 4 20 Schussmagazine. Keine Angst. Die sind aus Resin gefertigt. Also einfach nur gegossen. Ist nichts Echtes. Sondern dient nur hier als Taschenfüller. Auch alles Resin. Also Harz, der in eine Form gegossen wird, die mal von einem Echtmagazin gemacht wurde. Ist für Sammler ganz cool. Eine günstige und vor allem legale Alternative, um Taschen zu füllen, um da mal so eine Sachen zum Beispiel auszuprobieren. Tasche wieder geschlossen. So. Extrem unspektakulär. Canvas-Material. Hält aber extrem viel aus. Ist aber auch sehr schwer. Gucken wir uns mal die Unterseite an. Wir haben hier den Riemen, um die Länge einzustellen. Kann auf beiden Seiten eingestellt werden. Hier auch nochmal. Und dann die Überlänge. Hier. Ist mit den metallischen Bereichen vorne nicht immer ganz so einfach. Das hakt mal. Aber das macht man ja auch nicht im Stress. Sondern in Ruhe, wenn man das Ganze vorbereitet. Wir haben hier auch noch Ösen für Suspender. Wie gesagt, hier ist jetzt Modell M56 Suspender. Habe ich auch schon mit den X-Suspendern aus dem WK2 genutzt. Und ausprobiert. Ist alles genauso bequem. Bietet halt diese Möglichkeiten. Was viel gemacht wurde im Vietnamkrieg dann später. Dass dieser Gurt ausgetauscht wurde. Durch den normalen M56 Belt. Der zu diesem System gehört. Der ist formstabiler. Lässt sich noch gut was dranhängen. Hat überall Ösen. Und der musste dann einmal komplett ausgeschlauft werden. Und konnte dann hier eingeschlauft werden. Hier drüben haben wir auch nochmal die Stempelung. Und jetzt gucken wir uns mal so den Verschluss an. Ich hoffe, das sieht man gut auf der Kamera. Extrem simpel. Kennt man von alten Gürtelsystemen bei den Amerikanern. Einschlaufen und hängt. An sich nichts dolles. Aber ein sehr cooles Ausrüstungsstück. Vor allem, weil es in einer gewissen Art seit dem WK1 genutzt wurde. Und halt eben viel bei den Spezialeinheiten in Vietnam genutzt wurde. Um extrem viele Magazine mit sich zu führen. Und ansonsten viel mit den indigenen Truppen. Die nämlich den direkten Zugriff auf dieses Material noch hatten. Weil diese Truppen mit dem B.A.R. und die Süd-Wirnamesen noch ausgerüstet wurden. M.G.S.H.Einheiten haben natürlich auch mal mit den lokalen Kräften zusammenarbeitet. Und dementsprechend auch Zugriff gehabt. Und haben eben dieses Stück vor allem halt in grün. Weil die wahrscheinlich direkt mit rüber geliefert wurden. Getragen. Das soll soweit erstmal zum Bar Belt gewesen sein. Wie gesagt, sechs Magazintaschen. Für die B.A.R. jeweils zwei Magazine. Oder eben vier 20 Schuss M16 Magazine. Dann bedanke ich mich wieder recht herzlich fürs Zusehen. Abonniert gerne den Kanal. Aktiviert die Glocke, damit ihr immer benachrichtigt werdet, wenn ein neues Video rauskommt. Lasst gerne einen Kommentar da. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.